Dalmatien ist eine geografische und historische Region an der Ostküste der Adria, im Süden und Südosten Kroatiens und im südwestlichsten Montenegro. Die historische Region hat heute keinen offiziellen Status mehr. Sie erstreckt sich von der Insel Perge im Norden bis über die Bucht von Kotor im Süden. Das südliche Dalmatien grenzt im Nordosten großteils an Bosnien und Herzegowina. Die wichtigsten Städte sind Splitt, Sada und Dubrovnik. Die Bezeichnung Dalmatien besteht seit dem 1. Jahrhundert und geht auf den Namen der Dalmaten, eines Stammes der Illyra, zurück. Die räumliche Ausdehnung Dalmatiens hat sich im Lauf der Zeit wesentlich verändert. Die historische Region Dalmatia erstreckte sich zeitweilig auch auf Teile der heutigen Staaten Bosnien und Herzegowina, Montenegro, Albanien, Serbien und Kosovo. Die Bezeichnung Dalmatien hielt sich bis heute nur in Kroatien und einem kleinen Teil Montenegro's. Relief und Klima Die dalmatinische Landschaft ist eine zerklüftete und verkarstete Küstenlandschaft. Wichtigstes Merkmal der Region sind die etwa 942 Inseln, Holmen, Klippen und Felsen. 78% aller kroatischen Inseln liegen in dieser Region. Die Gesamtfläche der Inseln beträgt 2070 Quadratkilometer, was 16% der Fläche Kroatiens entspricht. Der Ursprung der Inseln liegt im dinarischen Festland, die Inseln sind die über den Meeresspiegel herausragenden Teile dieser bergigen Landschaft. Die Inseln im Norden des Landes sind zahlreicher, aber auch kleiner. Ihre Form ist länglich und verläuft parallel zur Küste. Dazu gehören PAG, Ugelian, Passmand, Dugi, Otok, Konati und Zirje. Die offene Küste auf Höhe des Ortes Plosche ist die unsichtbare Grenze zwischen Nord- und Mitteldalmatien. Die mitteldalmatinischen Inseln Hvar, Bratsch, Solta, Korkiele, VIS, Lastovo und Chiovo sind größer und haben eine östlich-westliche Ausrichtung im Gegensatz zu den Inseln im Norden. Die nordwestlich-südöstlich ausgerichtet sind. Nordwestlich von VIS befinden sich Jabuka und Brusnik. Diese Inseln sind vulkanischen Ursprungs. Die südlichsten Inseln Dalmatiens sind Emeljet und Elaphitische Inseln sowie auch die Halbinsel Peljeshatz. Die meisten Inseln bestehen aus Kreidegestein, während die Täler und Einsinkungen aus weniger durchlässigem Dolomitstein bestehen. Es gibt auf manchen Inseln in den Niederungen Moore. Durch die Korrasion entstanden an den Rändern der Niederungen die Kiesstrände. Die Küste ist etwa 1200 Kilometer lang. Der südliche Teil der Velebit-Küste ist sehr steil und unzugänglich, die Verbindung zum Hinterland nur spärlich ausgebaut. Die Küstenregion um Sadat, Biograd und Trogi ist sehr fruchtbar. Die letztere liegt am Nelefer-Delta, eine aus Fleisch bestehende Landschaft. Südlich von Dubrovnik ist die Küste offen und somit am meisten von der Korrasion betroffen. Das Mittelmeerklima zeichnet sich durch milde, feuchte Winter und sonnige, trockene Sommer aus. Der Niederschlag ist an der Küste Dalmatiens mit etwa 3000 mm im Süden und 1800 mm im Norden wesentlich höher als im Landesinneren. Die Durchschnittstemperaturen betragen im Juli 24,8 Grad Celsius und im Januar 5,1 Grad Celsius. Für die Region ist der Scirocco typisch ein heißer Wind aus südlicher bis südöstlicher Richtung. Der gelegentlich auftretende kalte Fallwindbohrer kann eine Geschwindigkeit bis von 250 km pro Stunde erreichen und zählt zu den stärksten Winden der Welt. Bevölkerung Die Bevölkerung Dalmatiens konzentriert sich entlang der Küste, wo auch fast alle größeren Städte liegen. Das Landesinnere ist hingegen nur dünn besiedelt. Aufgrund seiner wirtschaftlichen Rückständigkeit war Dalmatien lange Zeit ein Auswanderungsland. Ein großer Teil der kroatischen Diaspora stammt von hier. Ende des 19. Jahrhunderts und Anfang des 20. Jahrhunderts lagen die bevorzugten Ziele der Auswanderer in Übersee. Nordamerika, Südamerika, Australien und Neuseeland. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts hingegen gingen viele Bewohner Dalmatiens als Gastarbeiter nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz. Die Bevölkerung besteht zur großen Mehrheit aus Kroaten. Die zahlenmäßig größte Minderheit bilden Krajina-Serben, die vor dem Krieg 1990 bis 1995 in einem Teil des Interlandes Norddalmatiens die Bevölkerungsmehrheit stellten. Während der Operation Oluja, mit der dieses Gebiet 1995 in den kroatischen Staat wieder eingegliedert wurde, flüchteten die meisten Serben. Im Laufe der letzten Jahre ist ein Teil von ihnen zurückgekehrt. In Sada gibt es eine kleine italienische Minderheit. Die Mehrzahl der ehemaligen italienischen Einwohner Dalmatiens ist jedoch teilweise schon nach dem ersten, teilweise nach dem Zweiten Weltkrieg nach Italien übersiedelt bzw. geflüchtet. Der Ort Arpanasi, ehemals ein selbstständiges Dorf, heute ein Stadtteil von Sada, geht auf Albaner zurück. Die zu venezianischer Zeit als Flüchtlinge dort angesiedelt wurden, heute sind ihre Nachkommen jedoch weitgehend assimiliert. Außerdem gibt es in der jugoslawischen Zeit zugewanderte Gruppen von Bosniaken, Albanern und Mazedoniern. Die größten Städte Dalmatiens sind Imotzki 10.213 Im montenegischen Teil des bis 1918 bestehenden K.U.K. Kronlandes Dalmatien befinden sich die Städte Kotor 22.947 Anmerkung Volkszählung von 2011 Verwaltungsgliederung Das kroatische Dalmatien ist heute in vier Gespannschaften gegliedert. Das sind von Norden nach Süden. Verwaltungsgliederung Verwaltungsgliederung Verwaltungsgliederung